Hallo. Hallo. Sind Sie hier der Chef? Leider nein. Könnten Sie ihn vielleicht für mich rufen? Es tut mir leid, er ist im Moment nicht im Hause. Könnten Sie dann vielleicht was für mich tun? Was immer Sie wünschen. Könnten Sie ihm etwas von mir ausrichten? Selbstverständlich. Könnten Sie ihm sagen, dass es weder Seife noch Toilettenpapier auf der Damentoilette gibt? Weder Seife.